hallo und herzlich willkommen bei reddog campbell ich bin heute wieder auf die noch ein ticket und heute habe ich das spiel matching den mann sind ich habe schon heruntergeladen ich habe auch meinen alten account wiedergefunden hurra da muss ich nicht ganz so viel null spielen ok ich habe zwölf stunden umsonst spielen gekriegt 12 stunden also ich kann jetzt zwölf stunden durchspielen das ist natürlich heftig wer macht sowas zwölf stunden durchspielen verrückt ich habe leider kein geld ich habe kein geld tut mir leid bei der verlinkten einseitig auch mal ein rennfahrzeug mir fehlt ein ei kann man nicht mehr fahren also war es nur gewissen zeitpunkt upgrade geht noch nicht besuchen besuchen oh was ist denn hier los ne eislandschaft 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 Wie viele Leute muss ich besuchen? Ich kann nur das angucken, was ich auch bislang habe, okay. Und hier kann ich die Freunde schicken, das könnte ich mir schon denken. Oh, schon gute Freunde mit dir. Okay. Okay. Ich kann auch nicht upgraden, das dauert noch. So, ich würde jetzt aber mal sagen, dass wir das Spiel weiterspielen. Außerdem bin ich mit der nicht befreundet, das ist mein eigenes. Ich bin mit mir selber befreundet. Gut, dann geht's los. Zack. Okay. Hmm. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das schaffe ich nicht mehr. Das schaffe ich nicht mehr. Oh. Alles kaputt. Schön. Das habe ich ganz selten sowas. Noch fünf Briefe. Ach, was war ich denn da? Okay, trotzdem geschafft. Ach, da fehlt noch einer. Jetzt habe ich's geschafft. Schön. Glückwunsch. Ich habe einen Stern. Okay. Was machen wir mit den Sternen? Ich muss also 45 rum gewinnen. Sollte hier hin? Das kann ich machen. Und eine extra Stunde. Oh, weia, weia. Mal gleich mal... Warte mal, wo war das mit... Sterne vergeben... Hier. Ein... Hier. Okay. Ich brauche eine Lampe. Wir haben die Nachttischlampen. Dann nehmen wir die Lampe, weil wir haben heute auch schon die Nachttischlampen. Ja, dann bei dir. Okay. Und die nächste Runde. Okay. Ay, ay, ay. Da, jetzt. Jawohl, jawohl. Zwei Züge. Ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. ich den da her machen ist der kaputt und nach oben hin auch so ein mist das hätte ich glaube ich schon mal den fertig machen können aber ich wollte unbedingt was ausprobieren wie immer ja 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 Trin, dü dü dü, Teppich, nimm mal erst den Hocker. So, jetzt passt die doch zusammen. Und danach gehen wir in den Teppich. Ich glaube, müssen wir auch. Oh, schön. Hm, hm, hm. Oh, ja, die nächste Bombe. Oh, das mag ich. Jetzt kommt der Teppich dran. Blume braucht auch viel Wasser bei mir. Gibi, ich habe einen extra Stern bekommen. Und was gibt es jetzt hier? Oh, das. Verkaufen. Hm, Teppich. Teppich. Ne, ich glaube, der ist ja dann was du aus. Bitte war ich doch grad schon. Hm, ich weiß nicht. Das ist eine kleine Haus. Oh, schon aufs Gartenhäuschen. Gästezimmer. Gästezimmer. Ja, dann. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, du. Du, du, du. Du, du. Du, du. Du, du, du. Du, du. Du, du. Du, du. Du. Du, 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 du. Du. 7 7 2 3 4 Und hier bekomme ich den einen weg und den zack. Also die Runde spielt sie eigentlich von allein. So gut wie. Und wieder ein Stern. Ich probiere nur das Schlafzimmer fertig zu machen. Ich könnte nicht so länger spielen, aber der Handwerker ist da. Der Handwerker ist bei mir im Schlafzimmer. Ach nein! Den soll er erst mal arbeiten, wenn er schon mal da ist. Das dauert zwei Stunden. Der braucht zwei Stunden um einen Schrank aufzubauen. Schlechte Handwerker. Okay, ich weiß ja nicht was für ein Schrank das wird. Vielleicht wird es ja ein mega großer Schrank. Ich bin mal dran. 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 Die Runde ist ja nicht so gut. Ich bin mal dran. Das war's für heute. Das war's für heute. Dann mal jetzt hier unten den Ei noch. Ich muss noch eine Tasche hier fahren. Jawohl. Und, 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 und geschafft. Ach, da hab ich sogar noch nen Ball. Gut. Und, und wieder einen Stern. Und, 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 und. Und noch ein Level Up. Oh, was gibt's jetzt Neues? Einen Hotdog? Ne, wir haben noch keinen Hamburger. Nehmen wir den auch gleich. Verkaufen. Komm her. Komm mal, das hier auch noch. Wenn die schon so lange warten müssen immer. Komm her. Komm her. Ding! Das ist ein bisschen doof, ich glaube das hier ist die schlechteste Kombi, ist eine, aber da hast du ganz viele kleine Bomben. So, fertig. Die Runde war ja Gott sei Dank nicht ganz so schwer. Dann hoffe ich mal, dass wir jetzt mit dem Schlafzimmer fertig sind. Plum 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 Wächs, auf Wiedersehen. Da unten ist noch zwei Leute da. Hm, wie sieht so eine Kerze aus? Und das steht doch nicht auf dem Kopf. Hm, egal. Ähm, jetzt haben wir noch den Handwerker. Ja, komm wir bezahlen. Wir haben gerade genug Gold gemacht. Hm, schon nur ein kleiner Schrank. Egal. Und den nächsten Koffer einrollen. Wird gemacht. Ah, so eine Quest. Ich bin noch oben. Du, du. Du will ich nicht. Ich bin noch oben. Ich bin noch oben. Ich bin noch oben. So komme ich nicht vorwärts. Okay, zwei Mäus weg. Oh hier, schön, ne Bombe, mach mal ne mega Bombe raus, super, jetzt muss die da oben auch verkriegen, und das wird schwer, dann haben wir schon, hei, 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 ah, super, da haben wir Glück gehabt, aber für ein Zufall, der schon wieder, da gibt's nicht mehr Geld, Verkaufen... und nochmal... Du du du... Oh Junge, die Gegner Leiste habe ich gerade gesehen... Ich muss 12 Maiszeiten am Tag machen... Mh... Die Blumen auch nochmal gießen... Und was jetzt... Genau, den Stern ausgeben... Sachen packen... Schuhe... Ein Schuhregal... Oder Schuhschrank... Ich brauche noch einen Spiegel im Schlafzimmer... Na sicher... Habe ich hier auch in meinen Schlafzimmer einen Spiegel... Oh... 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 Ich kann nur das machen... Oh... Glauben wir was anderes außer dem blauen? Ich glaube nicht. Den roten wirds noch. Wird auch noch gehen, aber das bringen wir noch weniger. So, jetzt gehts nach unten. Noch zwei Bücher. Ah, kein Zuge mehr gehabt. Noch mal spielen. Die Runde müssen wir schaffen. Ja, super. Ja, super. Ja, super. Ja, super. Ja, super. Ja, super. Noch vier Züge. Noch drei. Okay. Muss ich machen. Ach, der Geber hat nicht mitgezählt. Oh, da fliegt er. Geschafft. Gut. Der Spiegel. Nee. Immer so ein, wie ich auch habe. Oder so ähnlich. Teppich fehlt noch. Hm. Wann ist das Zimmer fertig? Ja, ich bin. Ja, ich bin. Ja. Ich bin. 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 mit den kaputt ja und die mega bombe super super und der letzte bürger Das war ein Feuerwerk. Nicht so wie dieses Jahr Silvester. Da gibt es kein Feuerwerk. Okay, schon wieder hier immer gießen. 10 Minuten umsonst. Okay, ach, ich mach das aktivieren. Ja, so, so, so. Okay, dann müssen wir mal gucken. Hat der Mann was? Ja, er hat was. Ein nächstes Gericht fertig. Danach nur noch 3 Gerichte. Und was sagt die hier? Okay. Schön, schön, schön. Tüppig. Vorm Schrank hier. Jawohl. Ne, das passt mit dem Wohnen gar nicht. Hier hat er sein Gast hier, weil es vom Schränken passt. Ja. Luxus. Toller Raum. Teilen, speichern, braucht man nicht. Okay, dann werden wir mal schauen, was wir als nächstes für einen Raum kriegen. Aber ich wollte noch diese 12 Gerichte fertig machen. Fehlen nur noch 3. Ach ja. Dann machen wir erstmal das hier. Dann machen wir erstmal das hier. Hm. Hm. Oh, nee. Hm. Das gibt ein mächtig großes Kaboom. Das gibt ein mächtig großes Kaboom. Oh, nee. Ah, die Maus ist nach unten gerannt. Äh, nach oben gerannt. Oh, das kriegst du vorher. Ja. Ich hab's. Nur noch 2 Tassen. Das sollte doch machbar sein. Chill. Kombiniere, kombinieren. Schau mal, was kommt für nächster Raum. Ich bin schon aufgeregt. Dün, 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 dün. Jawohl. Danach fehlt noch ein Gericht. Ach, geht doch nicht. Ich dachte, die hätte beide rausgekommen. Hätte ich so weit hingenommen. Na. Zur Eimer sind. Dann wollen wir mal kurz schauen. Bibliothek. Mal springen. Okay. Als erstes aufhauen. Klar. Muss sein. Spiel. Dann machen wir mal kurz. J 충분. Geht doch mal. Entschuldigt. Ich kenne die Gericht. Mal springen. Ich geh licence. Ich gehe. Ich gehe. Dann fülle. Ich komme. Ok, jetzt den, 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 ich glaube wir bräuchten rot, mit rot kann ich nicht dienen, die Runde wird bisschen kniffliger, ne das bringt mir nichts, da hat der blauen dringend gemacht, rot, rot, grün, der blauen, der grüne bringt mir nichts, der ne war blau, da ist der weg, oh ja, das heißt jetzt muss noch einen runter, rot haben wir fertig, den haben wir fertig, den haben wir fertig, und geschafft, sieben fleisch, ui, dann, 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 okay, fahr mit den, ja, einmal fleisch, guten appetit, noch ein, ein Rezept noch, bisschen sauber machen, dann springen wir das ganze mal, das ist aber auch nur ein bisschen sauber gemacht, ne, die Möbel kommt zum Schluss, würde ich sagen, Bücherei gemacht, dann machen wir erstmal die Bücherei, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, Schönen? Schönen? Überleg? Den oder den? Da gibt es eine kleine Bombe dafür. Ich brauche nur einen Teddy. Dann bin ich fertig. Hier ist er von der Teddy drin. Also... Ach, der war schon drin. Ich wollte gerade die Küste aufmachen. Wollte den Ruderschen an Öffnen und den Bombe zünden. Ich denke mal, dann hätte ich es auch geschafft. Denke ich. Okay. Kann ich jetzt noch was im Essen herstellen? Dann habe ich nicht die eine Quest auch fertig. Nichts? Nichts zu messen? Ach, nö. Das gibt es doch nicht mehr. Es fehlt mehr. Bücher können wir schon mal einräumen. Okay. Und ich würde mal sagen, das ist jetzt die letzte Runde. Was müssen wir machen? 100 Tassen zerstören. Oh. Das gefällt mir. Hier und hier. Hm. Shit. Oh. So ein Mist. Na, Mama ist gleich so. Bevor wieder alles... ...durcheinander gerät. Ich brauche den da hin. Der wird mir gar nichts bringen. Ja, bleibe ich dir. Nein! Was noch nicht? 20 Stunden noch! Was sind 7? Noch 4? Oh, das passt genau! Excellent! Sag ich auch! Und wir haben mehr gekriegt, das heißt wir können unsere letzte Quest, Essence Quest für heute fertig machen. So Leute, da will ich mal sagen, ich richte hier die Statue nochmal auf. Dann holen wir hier nochmal die 15 Minuten extra Zeit zum Spielen. Aktivieren wollen wir es nicht. Genau, und hier gibt es was im Essen. Einen schönen Burger. Denn, der gibt mehr Geld. Und... Trotzdem hätte ich vorhin auch schon einmal machen können. Aber ich habe ja lieber diese Waffe gemacht. Und noch eine Stunde extra spielen. Gut, aber ich sag mal, das wird es jetzt für heute reichen. Ich habe unten mein Ding ins Feuer. Das ist geschlossen für heute. Also das ist mein Daily. Die Daily habe ich geschafft. Shit. Gut. Dann sage ich mal... Ich werde das Spiel verlassen. Wir enden. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao, ciao.